Servus und Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute haben wir für euch den Nike Hypervenom Phantom. Wenn ihr den Schuh bestellen wollt, gibt es wie immer den Link in der Videobeschreibung von unserem Sponsor und den Test seht ihr oben links. Viel Spaß beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.